Hallöchen und weiter geht's mit Domination. So, wir sammeln natürlich erstmal unsere Obstbäume ab und unsere Goldminen. Das haben wir natürlich jetzt schon erledigt. Von daher ist alles wieder schickimicki. Materialtechnisch bzw. ressourcentechnisch sieht es natürlich megamäßig gut aus. Also kann ich mich auf alle Fälle nicht beschweren. Ich würde mir natürlich noch wünschen, dass ich noch ein paar Truppen mir schickt bekomme. Aber es ist vielleicht keiner online. Von daher fällt es vielleicht auch erstmal flach. Ist so für Schüssen, können wir jetzt eh nicht ändern. Können wir hier eventuell noch ein paar Steppenreiter nehmen wir noch mit. Von daher sieht es da erstmal gut aus. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen Sägen sehen. Den Rüstungssägen können wir auf jeden Fall auch gut hier brauchen. Dann checken wir hier die Lage. Nehmen uns auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen Fell mit. Checken dann hier nochmal unsere Söldner und eben die chinesischen Handkanonen noch mit. Dann sind wir erstmal gut hier. Watt mit. Gut. So würde ich sagen, World War kann beginnen. Da habe ich mir auch schon den Gegner rausgesucht. Ich würde sagen, bei dem würde ich es erstmal ausprobieren. Gucken. Ob was geht. Ich bin gespannt. Wir können den nochmal kurz erkunden. So. Ich würde sagen, von hier oben werde ich angreifen. Da werde ich auf jeden Fall schnellstmöglich probieren, hier alles auseinander zu ruppen. Und dann werden wir sehen, was so geht. Ich bin hier gespannt. Klar, das ist natürlich auch ein bisschen bitter. Aber ja, wir probieren es einfach aus und werden sehen, was so geht. So. Beginnen wir einfach. Würde ich einfach mal so sagen. Zwischen hier nochmal zurück und gehen dann auch gleich in den Kampf. Auf jetzt. Oh cool. Wir haben Ritter von Kobi erhalten. Das ist natürlich richtig geil. Allianz sind auch welche mit dabei. Von daher würde ich sagen, gehen wir in den Angriff und gucken, was so geht. Ob wir das auf der Reihe kriegen oder nicht, werden wir gleich wissen. So, fangen wir an. So, das teilen wir jetzt erstmal am Arsch. Das war erstmal relativ wichtig für uns. So, das knallen wir auch gleich weg. Kommt, das Stadtzentrum rumpen wir auf jeden Fall weg. Von daher sieht es relativ gut aus. So, den haben wir auch platt gemacht. Von daher haben wir auf jeden Fall schon mal die Nase vorne. Einen Stern haben wir. Ist zwar noch nicht so das Gelbe vom Ei. Von daher müssen wir da erstmal noch gucken. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. So sieht auf jeden Fall ja nicht so verkehrt aus. Aber wie gesagt, bis jetzt haben wir nur einen Stern. Von daher müssen wir da erstmal gucken, was so geht. So, zwei Sterne haben wir. Alle fünfe kriegen wir leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber ist natürlich auch nicht zu ändern. 40 Sekunden haben wir noch. Gucken, was wir hier noch zusammen kriegen. Ich hoffe natürlich, dass wir hier noch ein bisschen was schaffen. Brauchst du ja nicht irgendwo hinschicken. Eigentlich sind sie relativ gut aufgeteilt. Von daher sollen sie einfach mal ein bisschen Bambule machen. Gucken, was so geht. So, bei 18% sind wir. Drei Sterne haben wir. Der vierte, den kriegen wir leider nicht mehr. Gut, okay. Ist aber jetzt auch nichts zu ändern. Drei haben wir wenigstens geholt. Von daher ist soweit alles gut, alle schick. So, drei Sterne haben wir. Hätte natürlich besser laufen können. Aber ich bin erstmal zufrieden. Von daher ist alles soweit glatt gelaufen. Gut, wie gesagt, erstmal sind wir auch wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann, tschö.